Willkommen zurück zu einer neuen Runde, TTT mit Mochi, Sibi, Swiss, Ackenknigge, Brother, Driver und Demono. Ich kann alle hier nennen, glaube ich. Ackenknigge. Aber ich bin noch gar nicht die ganze Zeit da, ich bin noch nur für die erste Runde hier. Warum denn? So was gibt's nicht. Weil ich morgen früh raus muss, ich bin Baby, vor meinem Schlaf. Hm, echt so. Und Mami kommt gleich und liest mir eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Echt? Wollte ich sie hinten? Und nicht. Sniper-Turm. Ist schon jemand weg? Ich nicht. Driver, was machst du da? Was? Was? Ich wurde besniper... Sepp, Sepp schießt. Von wo? Vom Sniper-Turm? Ja, aber unten. Was? Jetzt vielleicht oben. Sepp ist vielleicht wieder runtergeklettert? ARWP gemacht, da muss der Traitor sein, ey. Denk doch mal nach. Baby, lag hier unten. Warum schießt ihr denn hier auf mich? Das ist ein Special Item. Zwist, ich bin... Hä? Mono, Mono, ich hab's gemacht. Warum schießt ihr auf mich? Du hast geschossen. Ja, ich hab geschossen, das stimmt. Wo ist der denn eigentlich? Auf wen? Das ist falsch. Das war in dem Moment... Auf mich wird gesnipet und da hast du geschossen. Sepp ist unten bei den Trommeln. Ich mach jetzt den Sepp, ey. Du machst mich jetzt? Oder wie... Du machst mich nicht. Mal gucken, weil es schneller ist. Nein, ich komm nicht auf... Sepp ist weg. Sepp ist weg? Ja. Mutschis, glaube ich, versuchen mich zu machen. Also, du müsstest sagen, Sepp ist ein Traitor, genau. Das verlöst sich... Das schade, dass ich nicht aufnehme. Du bist so ein bisschen aus wie dieses... Mutschis der andere. Hau den, ähm... Wisst ihr was? Ja, okay. Hau den Lukas. Danke. Habe ich einfach mal beide weggerotzt? Ne, dieses Spiel, wo ihr den Hammer habt und dann müsst ihr so kleine... Hau den Lukas. Echt? Hau den Lukas heißt das. Oder das Maulwurfspiel. Nein, das heißt Malcolm Maul. Hau den Swiss heißt das. Oh Gott, wo der jetzt halt mit Sex-Leuten war. Das ist ja auch kein Lust mehr. Ja, ihr habt ja genug. Eben, mit Sex-Leuten. Das stört's ja nicht, wenn ich nicht dabei bin. Sex ist... Nee, doch, für Unterhaltungsfaktor schon. Ja, den Unterhaltungsfaktor wegen der Noobigkeit... Ja, der schon, ja. Das stimmt. Nee, für die Noobigkeit haben wir ja Mochi und Driver. Ja, und ich auch. Ich bin nur der Noob, der immer ganz vorne ist. Ach so, sagst du? Sepp, da hab ich dir noch ein bisschen mehr da reingedrückt. Sepp hat einfach den Lack. Boah, ich dachte grad... Sepp hat den Lack! Den Lack! Ab! Boah, Alter. Okay, wir sind aber sechs, ja. Es hat viel Spaß beim, beim Schlafen. Ja, danke. Und bis... Bro! Auf mich wird geschossen! Ja, und dann haut rein, ne? Ja, tschüss! Doch, doch. Tschüss! Tschüss! Ich bin mit dem Assi endlich los. Hey! Wer ist das, wer ist das? Oh, shit! Also, Entweder, auf mich wurde mit einer Sniper geschossen. Ja, der hat mir richtig gegeben. Ich bin nur noch 17 live. Welche Richtung machst du noch so? Sniper-Turm! Sniper-Turm! Nein, wir sind im Sniper-Turm. Wir sind im Sniper-Turm. Ich werde auf jeden Fall von irgendwo hier hart flankiert. Komm, gib mal einen Fahrstuhl, Alter. Da hinten turnt irgendwer beim Pool. Der Bro ist da hinten beim Traitor-Gebäude. Geht jetzt ins Traitor-Gebäude. Boah, Mochi, ich wäre jetzt so gern Traitor, ne? Ja, dann... Ich vertraue dir einfach gerade, weil... Der hinten bei einem Zwillingsturm. Nein, ich bin unten beim Fahrstuhl. Welcher Fahrstuhl? Ja, hier ist ein Fahrstuhl. Komm mal unten an die Baustelle. Ich muss jetzt erstmal hier wieder runterkommen, ohne dass ich gleich hier draufgehe. Ich bin bei der Baustelle. Wenn du da herkommst, dann zeige ich dir, wo der Fahrstuhl ist. Wo und her? Nein! Ich habe nur eine Rifle. Wenn ich tot, muss ich auf jeden der Driver. Da ist er. Driver, ich bin hier, ne? Gut, komm mit. Okay. Komm mit rein. Okay. Komm rein. Ah nein! Du bist doch so entdeckt. Nein, ich kenne das schon. Nein. Du bist doch ein Arschloch. Zyrok, Zyrok, Zyrok. Ich war das nicht! Alter! Was ist hier los? Ach so. Nein, ich möchte nicht sterben. Oh oh. Oh oh. Geh weg, wer auch immer da ist. Hey. Alter, ich habe Angst gerade. Gott. Oh. Das müsste ich, wie ein Arschloch wegmachen müssen. Oh, verdammt. Ja, ja. Hab ich. Ey, ohne den einen im Sniper-Time hab ich nicht weggemacht. Den hab ich nicht weggemacht. Ja. Ich dachte, du hättest uns beide gemacht. Das Ding ist halt auch immer, wenn man... Der steht ruhig. Man zählt genau auf den Kopf. Und dann bewegt er sich. Nein, er bewegt sich nicht. Aber es passiert trotzdem nichts. Er bleibt stehen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie... Ob da... Nee, also nicht das eine Mal. Ich hab dich schon irgendwann weggekriegt. Aber nicht beim ersten Versuch. Beim ersten Mal hast du gegen die Scheiben geschossen. Ja, klar. Ich hab Angst, ich hab Angst. Nee, die Scheiben waren offen. Echt? Ja, ja, die waren schon alle auf. Die hatte ich aufgemacht. Ich hab da auch einen Schuss gesehen. Und hab gesagt, da schießt einer rein. Ich glaub, der hat einen Driver einen Abgang gemacht. Nein, hab ich nicht. Ich hab noch fünf Leben. Aber noch rechtzeitig. Rechtzeitig hat er einen Abgang gemacht? Ja, aber jetzt kommt er wieder. Nee, ich bin's. Driver, is it? Nee, ich geh diesmal nicht in den Fahrstuhl. Driver, soll ich dir den Fahrstuhl zeigen? Bist du wirklich in den Fahrstuhl gegangen? Ja, aber ich hab den Zug gemacht. Ja, okay, jeder... Ich hab den Fehler auch mal gemacht. Einmal geht immer, ne? Ich hab den Fahrstuhl... Der Driver ist da reingegangen. Ich hab den Zug gemacht. Ich hab aber nicht gesehen, was mich umgebracht hat. Mono. Der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl. Nee, da kommt der irgendein Monster. Was machst du da, Brother? TNT-Plan. Ich glaub, der Mochi und der Brother gehen gleich drauf. Ja. Weil der, der Brother ist hier hart am zünden von einem Ding. Was macht man damit? Geil, Scheiß. Was? Halt ja gleich alles in die Luft hier und dann wirst du mit sterben. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das will. Mochi flüchtet! Ey, ich weiß nicht, ob ich das möchte, was er da macht. Ja doch, dann ist okay. Das ist ganz cool. Er macht ne Tür die ganze Zeit. Da kommt so ein Feuerwerk dann. Glaub ich halt nicht. Ey, ich glaub der Driver will auf mich schießen. Driver, lebst du noch? Zwift. Ey, was hat er jetzt gemacht? Du hast die Tür blockiert. Ja, fand ich witzig. Und dazu bin ich durchs Fenster gegangen. Äh, ich hab, ich hab allen Verdächtigen hab ich hier schon im Blick. Warte, ich check nicht ganz, was du machst. Doch nicht. Ah, warte. Ich hoffe, hier hat quer durch die Map, dass es nicht versteht, was ich mache. Mich juckt es. Was sind die Schallwörter eigentlich? Irgendwer hat hier gefasst. Ich hab gefasst, weil... Fass ist unkürt. Das hat er gemacht. Mono, lebst du noch? Jo. Driver? Driver! Ja? Kannst du mal antworten, wenn man dich fragt und nicht eine Stunde danach? Äh? Was bringt das? Ich weiß nicht. Hä, was hast du denn jetzt gerade gemacht? Warte mal. Das... Nimmt auf mich. Ich hab... Gerade irgendwie hab ich nur jemanden gesehen. Ich ziele konsequent eigentlich auf niemanden. Also nur herauszufinden, wer so wo ist und so, ne? Damit du einen schönen Friendship Beam setzen kannst. Nee, nee, nee. Äh, ich werde von der anderen Seite beschossen. Also Sniper Trim, sagst du? Weiß ich nicht. Von links war's. Macho, geh weg, geh weg. Von links eben. Also... Ah, Mono! Mono ist es! Oh ne, Mono schießt auf den. Bro! Bro ist es, Bro ist es. Wer ist es denn jetzt? Einer von euch ist es doch da. Also einer hat mich von der Seite angeschossen und den Fahrstuhl runter geholt. Entweder Mono oder der andere da. Mochi? Ja, ich leb mir noch. Was machst du denn so? Bin hier beim Pool hinterm Haus. Und was machst du da so? Wow! Mono hat Dettling, ja, Mono ist es! Ja, okay. Ich hab keine Ahnung. Ich mach wo zu sehen meine Aufnahme nicht. Meine Fresse! Nicht machen! Ich lache, das ist unfair. Wo bist du überhaupt? Ich hab noch zwölf. Da! Laut Lachen war der Traitor. Mono hat sich wahrscheinlich wieder in den Traitor-Room verpieselt. Hä? Ich bin doch drauf! Ich konnte dich irgendwie nicht treffen dadurch. Ich weiß, ich dich auch nicht. Und du hast mich aber getroffen. Ja, sonst wär's nicht umgefallen. Jetzt heilst du dich und dann geh mit weiter. Ja, da sind keine Credits mehr. Und wir sind vielleicht noch einer Credits drin. Oh, oh! Der könnte doof gewesen sein. War es auch? Ja, da war Traitor. Ja, da war Traitor. Wo ist der Mono? Der Mono ist fertig für dich jetzt. Okay. 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 Die blöckere dröckere dröckere D 풀. Ja. Die blöcke. Was soll nachladen? Eine Frage, was ist der Fahrstuhl da? Wir sterben. Ach du meinst dieser, der grad beschwört wurde? Ja. Ach Mochi, man. Nächstes Mal, mach vielleicht ein Flashlight aus. Dann weiß man auch nicht, wo du rein und raus gehst. Meinst du, ein Flashlight durch die Tür? Wär es vielleicht vielleicht ich? Ja, hab ich nicht gesehen. Weißt du, was ist der beschworene Fahrstuhl da? Das zieht man durch die Tür. Also wenn du die Taschen hatte anders... Ja. Ah, okay. Worüber aktivier ich das Ding? F. Nee, irgendwo hier an diesem Abstellhäuschen. F. Ich wusste nicht, ich dachte, es ging so ein Flashlight gerade. Das aktiviert man mit F. F. Ähm, aktiviert das hier. Wiss, 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 wiss. Wiss, 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 wiss. Wiss, 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 wiss. Weil der Fahrstuhl da, der beschworen ist... Oh, da hinten ist schon was in die Luft geflogen. Hat wahrscheinlich jemand... Ich finde, das kann aber auch so sein, wie du mir manchmal vertraust. Swiss ist es? Nee, Swiss hat mir so ein bisschen vertraut. Ich stehe rum, guck mir die Wand an. Guck zu mir, was machst du? Da ist jemand gestorben. Und das Beste ist, mich macht der einfach so weg. Ich glaube, der Swiss ist es. Aber bei Mochi, überlege ich jetzt noch. Ich glaube, also entweder ist der Swiss tot, oder der ist es. Wenn ich draufgehe, ist da einer. Ist das Sniper-Turmhüllen? Ja, Swiss ist es. Wo ist er? Weiß ich nicht. Da ist er, im Haus. Ja, ich bin aber gerade... Ihr seid beide gestorben? Ey... Ich stehe gerade nur baum. Hä? Jawohl, Schade! Hätte ich nicht damit gerechnet, dass er nicht da... Jawohl, Fahrer! Es ist mitten im... Mitten in einem Leck macht der... Ja, ich dachte gerade so... Ach, was chillt denn der da so an der Tür? Na ja, wenn er die nicht aufkriegt, dann machen wir ihn mal weg. Dann habe ich es aber auch mitgekriegt. Vor allem, weil du auch noch geredet hast, als du tot warst. Ja, da kann ich nichts für, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich finde, ich habe ein bisschen Vorsprung herausgearbeitet. Ich bin am Arbeiten hier. Ein bisschen. Ich bin mal dezent... Minus Karma? Ich bin mal dezent Minus Karma. Angenehm, ich bin Rendern. Ja. Ich muss erst mal TNT blenden. Mochi, bist du Traitor? Auf jeden Fall. Ja. Irgendwann hat er gepiept. So, da war das Ding. Irgendwann habe ich mal gesagt, wenn Mochi sagt, er ist Traitor, dann mache ich ihn. Ja? Ja? Bro, was machst du mit dem TNT? Du bist ja fast drüber, ich wäre fast ein Abgang gemacht. Gönnst du es? Ja, okay, dann los. Hau rein. Gönn dir. Ich weiß nicht, was wir machen. Oh, Leute. Halt, Stopp! Halt, Stopp! Halt, Stopp! Halt, Stopp! Was? Was? Wer war das? Wer hat's gut gemacht? Keine Ahnung. Mochi. Ich hab Mochi gemacht. Er war's wirklich nicht. Scheißen Dreck. Er hat mich gerade so angeguckt, als wenn er direkt auf meinen Kopf ziehen will. Das UFO kommt. Wer ist denn das? Das UFO kommt. Ja. Echt? Lol. Wer auch immer das war. Warte. Wie funktioniert denn die Scheiße? Oh, da gibt's gleich Party drin. Hä? Wer ist denn jetzt alles bei mir? Schade. Ups, Scheiße. Wer ist jetzt mit drin? Bis. Bis. Und. Bro. Einer von euch ist es auf jeden Fall. Oh mein Gott! Okay, ich würde sagen, es ist einer von euch. Da kam gerade Grablog? Ja, alles klar. Haha. Nein! Nein, mach das! Ich geh raus. Hahaha. Was? Alter, was macht das der Fahrstuhl bitte? Lol. Auf mich wird gesnipet. Ja, bist du's nicht oder was? Nee. Ich seh nur die ganze Zeit den Krabblinghook da an dem Ding hängen. Deswegen dachte ich auch, du bist es. Nee, das ist nicht von mir. Ich bin ja im Fahrstuhl. Hä? Weißt du eigentlich, wie man die Grapplinghook benutzt oder was? Was? Haha. Ohh, schiumig! Hey, behindert ist denn der Fahrstuhl? Der ist für uns viel zu langsam. Der hat halt echt aneig, ne? Ach komm, Mono. Das ist eine Rundfahrt um die Merk. Machst du mich jetzt, oder was? Ja. Du bist es wahrscheinlich doch, du hast doch den Grab-Loop vergebugt. Nee, nee, das war Zagok. Der hat sich versucht, an dem Fahrstuhl noch dran zu hängen. Ja, und wieso hängt der Grab-Loop jetzt hier so behindert? Das ist ja auch schade. Der verarscht mich doch hier. Was ist das für ein scheiß Fahrstuhl? Was ist das für ein scheiß Fahrstuhl? Das riecht mir ab, ey. Ja. Eingeparkt. So, so parkt man ein heutzutage. Warte. Hängt das Ding auf mir? Das verfolgt mich. Echt? Jetzt ist ja kein Scheiß. Bin ich ein Grotto? Nein! Das verfolgt mich! Echt jetzt? Guter, muss ich nur das Heimel verfolgen. Warte, ich bin mal wieder im Fahrstuhl. Weißte. Alles einsteigen. Alles bitte einsteigen. Nein! Alles. Ich hab grad... Alter, ich hab grad Film eingeparkt. Und der für was? Wunder hat sich etwa der Grappling-Hook verfolgt. Ja, ein bisschen, oder? Seht ihr den? Ja, ja, ja. Ich bin nett. Taro kann ihn steuern. Ich bin nett. Okay. Ich hab das Ding zum Einsturz gebracht und dann hab ich gemerkt, ihr seid alle in einem Aufzug. Dann hab ich mich nicht mehr gerettet gekriegt. Okay. Was hast du zum Einstürzen gebracht? Das war voll verwirrt mit dem Ding, ey. Ich hab' ich bemerkt. Du kannst das ganze Haus zum Einstürzen bringen. Ja, ja. Du hast unter euch weggebrochen. Sorry, dass ich dich verwirrt, aber du war grad witzig. Ja, ist doch okay. Dann dachtest du, du gehst einfach mal mit der Grappling-Hook noch an den Fahrstuhl. Nee, ich hatte gedacht, ich wollte mich mit dem Grappling-Hook eigentlich knorke Spider-Man-mäßig wieder an den Häusern hochhangeln, aber irgendwie ist die Gravitation des Hauses größer gewesen. Ja, dann warst du tot und konntest trotzdem noch den Hook bewegen. Dann hatte ich den Hook am Dingens hier. Aber der Fahrstuhl war echt cool. Wie löst man den Fahrstuhl aus? Mit den TNT-Dinger? Die TNT-Dinger. Nee, oben auf dem Haus ist H. Auf dem Haus ist also hart, alles klar. Ja, auf dem H, was ist da? Da ist so ein Finger. Lol. Nee, damit kann man doch nur das Ding werden. Nein, damit kannst du den Fahrstuhl beschwören. Ja, den Fahrstuhl. Es geht darum, wie man das Haus einstürzen lässt. Nee, nee, wie man den Fahrstuhl holt, hab ich gefragt. Okay. Wie lässt man das Haus eigentlich einstürzen? Kann mal jemand, kann ein Traitor... Kann man ein Traitor das Haus einstürzen lassen? Ich will mal gucken, wie es aussieht. Welches Knöpp hier denn? Im Haus drin. Aber vorher bitte in den Fahrstuhl alle. War echt cool. Also den Fahrstuhl kann nur der Traitor holen, oder was? Ja. Hä? Bro, da ist Driver. Können das nur Traitor? Nein. Das mit den einstürzen meine ich. Das mit den einstürzen können nur Traitor. Und den Fahrstuhl auch? Den Fahrstuhl einstürzen? Nein, den Fahrstuhl holen auch nur Traitor. Wissen lebst du noch? Ja. Ja. Das tue ich. Was machst du, Bro, da so? Keine Ahnung. Ich will. Muss man was mit dem Ding hier machen? Einer ist am Penishaus. Was? Wie kommen wir denn da? Oh. Es sagt auch nichts der, der am Penishaus ist. Driver! Driver ist am Penishaus. Ich bin unten gerade angekommen. Das bin ich nicht. Nein, du bist oben lang gelangen. Das habe ich gesehen. Nein. Aber kein Bullshit. Das ist Bro. Ich glaube der Mona hat Probleme. Irgendwer ist im Sniper-Turm. Swiss. Wieso kannst du mich durch das Fenster sehen? Bin ich zu dich reingegangen. Ach Mona, das Puzzle ist ein bisschen komplizier... Lol. Vielleicht auch nicht so komplizier. Es wird... Geschafft. Jetzt bin ich gleich durch. Liest Zwifts auf euch. Zwifts? Nein. Tu da nicht. Zwifts hat nach vorne geschossen. Jetzt in den Todesfahrstuhl. Das ist creepy, jetzt auf einmal dunkel wird und du einen blutigen Boden vor dir hast und auf einmal von irgendwas attackiert wirst, dass du... Äh, Mona zielt auf mich. Ich hab' geguckt, wo ihr alle seid. Alles cool. Jetzt bräuchte ich nur noch Fahrstuhl. Mona zielt auf jeden Fall auf mich. Ist wirklich... Ist jetzt wirklich wer in den Fahrstuhl gegangen? Ja. Lol. Irgendwer wollte die Mona fassen, glaube ich. Nein, nein, das war ich selber. Äh, Mochi bei mir? Mochi? Ja. Wolltest du grad den Traitorraum aufmachen? Nein, du... Mochi, der sah verdächtig aus. Ja, echt so. Mochi, ist es? Es sah zumindest so aus, entweder der Mochi wollte in den Traitorraum gehen oder hat den... ähm... ...dingen zu laden. Den Driver. Ich hab' das Knöp hier an der Seite gedrückt. Ich wurde grad gesniped. Ja, nicht von mir. Irgendwer schießt auf Driver! Du wirf's weg. Ich schieße nicht. Irgendwer hat auf Driver geschossen. Ich schieße immer noch nicht. Dann hab' ich live. Aber irgendwer schießt zu meinem Turm hin. Mit ner Shotgun? Der Driver ist tot. War das jetzt Shotgun oder war das Sniper? Hast du was mitgekriegt? Da hinten steht halt noch einer. Bei dem... Hinterm... Hinterm Häuschen. Hinterm Häuschen. Ja, ich hab' ich beobachtet, weil das war ganz komisch da. Es sah aus, ob du den gesnipert hättest. Ich hab' niemanden gesnipert. Ich hab' niemanden gesnipert. Stimmt. Oder wen meinst du? Den Driver. Als ob der Zyrock den Driver gesnipert hat. Nee, ich hab' den nicht gesnipert. Was ist denn mit Mochi? Bin da. Hast du den gemacht? Mochi steht da drinnen in nem Traitorraum. Ich steh' im Traitorraum. Also in dem... Genau. Ich steh' drinnen im Traitorraum. Nur in diesem Traitorraum. Nur in diesem Traitorraum. Das sieht ja in dem Flashlight. Nein, grad nicht. Ich sende mal SOS. Kannst du den mal identifizieren bitte? Achso. Ja, jetzt wieder. Was? Wie denn? Der da liegt vor dem Häuschen. Ach krass, da liegt der da. Mich verarschen? Warte. Der ist inno. Ach. Ach, das ist ja ein Wunder. Schau an. Der geht davon ja nicht. Wen? Entweder Swiss oder Mochi. Ist das... Ja? Wieso bin ich es nicht? Weil ich dich gesehen und gehört habe. Weil ich dich als monofüßig beleidigt habe. Nee, nee. Du hast in die Richtung geguckt. Wieso bin ich es nicht? Ich hab' mich so angestrengt, wieso darf ich nicht Traitor sein? Wieso hat mich auf mich geachtet? Äh, war das letzte was du gesagt hast? Nein. Als du mich dann mit Krieg stehst, dann noch wieder. Das ist korrekt. Zarok steht neben mir. Zarok steht neben mir. Jetzt hängen wir ineinander. Das ist nämlich creepy. Was willst du jetzt, Zarok? Der macht mich jetzt eh, der Zarok. Wenn der so nah kommt, macht er mich. Mochi, was machst du so? Ich stehe jetzt in den beiden Zwischen in meinen Türmen. Weißt du wo? Ja. Ich werde beschossen. Jetzt werde ich beschossen. Ich kann dich nicht anschließen mit der Waffe, die ich habe. Bin dich schuldig. Ich wurde geschossen. Du wurdest erschossen? Beschossen. Ja, dann kann das ja alles nur noch sein, was ich bewege. Zarok, lebst du noch? Mono, lebst du noch? Komm, die sind ruhig. Alles klar, ich werde weiter beschossen. Alter, die sind ruhig. Du darfst nicht. Der Bro ist es, glaube ich, auf dem Dach. Da ist immer nur der Bro, der da hingeht. Der ist ganz oben auf dem Zwillingsturm. Okay. Nee, von hier kann ich halt nichts machen. Also Bro! Zeug, das war ziemlich dumm. Ja. 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 Das kann ich nicht bringen. Bro, guck mal durch meine Kamera. Kann ich nicht. er ist da gestorben erst mal traiter gemacht echt jetzt warum sowas denn was denn sowas warum sollte ich nicht wenn du das verkackst fängst du dir in der nächsten runde ein und das ist ja klar ne ich werde es wahrscheinlich verkacken weil ich überhaupt keine ahnung habe wo die sind also ich bin im fahrstuhl gleich eine runde fahrt gewonnen die intelligenz bestie nein ein punkt 42 punkte alter warum sterbe ich denn einfach ich hatte noch zehn sekunden auf der uhr ich hab dir zeit gegeben vielen dank fürs Zuschauen bis zum nächsten mal warum geht der fahrer jetzt weg